Mein Name ist Fister und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder Stoff von FIFA 20. Ich habe nochmal ein paar Aufnahmen gemacht und sammle jetzt natürlich auch fleißig für das Torwart-Tutorial für den Pro-Club-Modus in FIFA 20. Natürlich müssen diese Situationen, die ich da abhandeln möchte, natürlich erst mal kommen, dass ich da Aufnahmen habe, aber das kommt natürlich. Wenn ihr euch das letzte Torwart-Tutorial angucken möchtet, dann könnt ihr jetzt hier oben rechts auf die Infokarte klicken oder gleich im Abspann, da ist das auch. Nochmal verlinkt das letzte Tutorial-Video zum Torwart. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Paraden aus dem letzten Training. Heute Abend haben wir auch wieder Training, dann werde ich bestimmt noch ein paar mehr Aufnahmen machen können. Die gibt es dann natürlich auch. Bis dahin wünsche ich euch erst mal einen freshen Sonntag, wenn ihr es direkt heute guckt, das Video. Ansonsten natürlich auch einen guten Tag. Haut rein. Ich bin der Fister. Ciao. Ich bin der Fister. Ich bin der Fister. Ich bin der Fister. Ich bin der Fister. Ich bin der Fister.